Das ganze Öl in den Händen dieses Stadtteils von Budapest. Da hat offenbar eine Verschwörung stattgefunden. Bitte helfen Sie uns. Na gut. Wir sind zurück in die Zeit gereist und haben Öl produziert. Einiges haben wir verkauft, aber es ist immer noch eine Menge übrig. Na toll Kumpel, er hat uns ja schön in die Scheiße geritten. Äh, wie ist schlecht? Macht man mir das Licht an?